Moin liebe Borussen, super, dass ihr auf den Donnerstagabend wieder dabei seid. Wie ihr seht, nicht mehr in meinem Berliner Studio, sondern in meinem alten Kinderzimmer. Aber es macht nichts, ich berichte trotzdem über unseren Borussia. Dafür kann man gerne wieder ein Abo und ein Like da lassen. 50% haben es noch nicht abonniert, ist kostenlos, ein bisschen Liebe da lassen. Und jetzt starten wir rein. Kommen wir kurz zur Pressekonferenz. Wie gesagt, das Spiel gegen Leipzig steht an am Samstag, darfst du richtig knallen. Heute war Pressekonferenz, kommen wir kurz zu den Personalien. Also im Tor wird zu 99,9% wieder Sippe stehen. Omlin und Olschowski fallen aus. Da reicht es noch nicht für das Spiel. Kramer und Elwedi sind auch noch fraglich, aber es wird wohl reichen. Die sind angeschlagen aus dem Training, beziehungsweise haben eine Reaktion gezeigt, aber sollen morgen im Abschlusstraining dabei sein. Weigel und Janschke fallen natürlich aus, langzeitverletzt. Was gab es noch aus der Pressekonferenz? Farke hat sich nochmal zur Sperre von Benzibaini geäußert, beziehungsweise nicht geäußert. Gladbach hat es akzeptiert. Ich glaube, insgeheim denkt sich Farke überzogen, bin ich mir ziemlich sicher. Weil ja, ich kann da Farke auch ein bisschen verstehen. Mir fehlt da so ein bisschen die Verhältnismäßigkeit. Ich habe das Gefühl, einfach auch bei Benzibaini sollte so ein bisschen Exempel statuiert werden, dass man da noch ein zusätzliches Spiel draufknallen muss. Ja, da kann jeder seine Meinung haben, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Luca Netz wird jetzt die nächsten zwei Spiele machen, höchstwahrscheinlich. Und das ist auch gut so. Ich freue mich, Luca zu sehen. Er wird nächstes Jahr unsere Nummer 1 sein. Das hat er wohl intern auch schon kommuniziert bekommen, dass er die Nummer 1 auf der Linksverteidigerposition sein soll. Farke hat das erstmal noch offen gelassen, aber er spielt, er ist auf jeden Fall eine Option. Ich glaube, es ist eher Taktik, dass er einfach noch nicht sagen will, dass Luca Netz spielt. Er hat gesagt, wir hätten mehrere Optionen da. Ich glaube, theoretisch könntest du Wolf stellen oder du ziehst Skelly auf links und stellst dann Leine. Aber ich glaube, daran nicht. Also Luca Netz muss spielen und er wird auch spielen am Samstag. Ich traue ihm das auf jeden Fall zu. Ja, und das Spiel in Leipzig wird hochemotional. 6.000, 7.000 Borussen werden da sein. Ja, zu Max Eberl habe ich alles gesagt. Ich will da auch nicht mehr viel zu sagen. Ja, es ist halt, es wird emotional. Ich hoffe nur, dass alle die Nerven behalten, wie immer. Und ich bete, dass die Mannschaft weiß, was uns Fans das Spiel bedeutet. Dass sie, falls es mal nicht richtig gut läuft im Spiel, sich nicht hängen lässt, weiterkämpft, weiter für die Raute kämpft. Und wir hoffentlich drei Punkte holen können. Die Spieltagsvorbereitung kommt morgen. Und jetzt kommen wir zu den aktuellen News. Starten wir rein. Leider noch einmal mit Max Eberl. Es winken Millionen. Ich will jetzt gar nicht mehr auf die Ablöse eingehen. Ich bin froh, dass Max Eberl weg ist, um ehrlich zu sein. Ich kann den nicht mehr sehen. Wir haben wohl zwei Millionen fix bekommen. Sollte sich Leipzig für die Champions League qualifizieren, kriegen wir eine weitere Million. Dreieinhalb Millionen wären es dann. Das Ganze kann bis zu sieben Millionen aufsteigen, laut dem Artikel. Das ist nur eine Info. Ob das jetzt genug ist, zu wenig ist. Ich will mich einfach nicht mehr mit dem Thema beschäftigen. Ist jetzt abgehakt. Was noch interessant wird, ist Lukas Ullrich. Da könnte eventuell noch Eintracht Frankfurt reingrätschen. Der Transfer galt so gut wie sicher. Aber Frankfurt hat wohl jetzt auch Interesse. Bei uns wäre Ullrich die Nummer zwei nächstes Jahr hinter Lukanetz. Ja, und bei Frankfurt, wenn man ehrlich ist, Frankfurt hat jetzt auch nicht die breite Linksverteidiger-Position. Da ist Lenz und Max aktuell Linksverteidiger. Kann man schon verstehen, dass Eintracht Frankfurt da auch interessiert ist. Aber ich hoffe, der Transfer geht über die Bühne. Er hat Hertha BSC auch schon gesagt, dass er andere Pläne verfolgt und nicht verlängern wird. Und da bleibt abzuwarten, ob wir den Transfer realisieren können. So ist es im Leben. Es ist immer Konkurrenz da. Ich hoffe, Lukas, der kommt zu uns. Deutschland, ein U-Nationalspieler, Linksverteidiger. Und Netz und Ulrich können ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja, und ich freue mich auf die beiden. Hoffentlich dann. Und jetzt wird es richtig interessant, richtig spannend. Laut mehreren Berichten sind wir an Chuba Akpom interessiert. Engländer, mit nigerianischen Wurzeln spielt in der zweiten englischen Liga. Hat aktuell 21 Tore gemacht und ist eine richtige Kante. Das wäre halt so ein Transfer, den ich mir mal wünschen würde. Wäre auf jeden Fall kein typischer Borussia-Transfer. Da ist es auf jeden Fall mit einem Risiko verbunden. Der bringt andere Skills mit. Das ist ein richtiger Mittelstürmer. Also das ist keiner, der über die Außen kommt. Den stellst du vorne rein. Das ist ein richtiger Brocken. Wie gesagt, beim Middlesbrough ist er nicht. Man muss aber dazu sagen, der ist 27. Wir schauen uns den Spieler jetzt gleich nochmal an. Der ist 27. Und ja, ist seine erste Breakout-Saison. Also wo er richtig durchstartet. Gehen wir mal in sein Profil. Chuba Akpom, 27. Engländer hat auch in der englischen U-Nationalmannschaft durchlaufen. Hat in 28 Spielen 21 Tore gemacht. Eine Vorlage. Aber wenn ihr euch mal in den Spielen anguckt, das ist wirklich ein richtiger Strafraumstürmer. 1,86 groß. Typischer Mittelstürmer. Hat einen Marktwert aktuell nur von 2,8 Millionen. Wäre ablösefrei anscheinend. Laut transferman.de. Ich habe aber eine andere Quelle, dass Middlesbrough wohl eine Klausel gezogen hat, dass der Vertrag bis 2024 geht. Sollte das so sein, wird natürlich auch eine Ablöse fällig. Die wahrscheinlich auch nicht wenig sein wird. Beziehungsweise schon 5 bis 6 Millionen sein wird. Werder Bremen soll auch interessiert sein. Falls Füllkrug gehen sollte. Ja, ist ein spannender Spieler. Arsenal-Jugend auch durchlaufen. Aber wirklich diese Saison, seine erste Saison, wo er wirklich richtig durchstartet. Wir können auch kurz mal reingucken. Also wie gesagt, bei Middlesbrough diese Saison richtig gut dabei. Davor war er in Griechenland. Ich glaube bei Athen, da hat es nicht so geklappt. Und bei Middlesbrough davor auch nicht. Wie gesagt, das ist wirklich seine erste große Station, wo er richtig groß ausspielt. Und ich würde den Transfer feiern. Klar, mit dem Risiko verbunden. Das heißt nicht, dass er bei uns auch durchstarten wird. Aber das wäre ein Spieler, wo Wirkos auch immer zählt, andere Skills. Das wäre definitiv so einer. Und ich würde mich auf den freuen. Wäre finanzierbar wahrscheinlich. Aber da werden auch andere Vereine Interesse haben. Ich meine, er hat jetzt seine Klasse gezeigt. Bleibt spannend. Bleibt spannend. Und ja, was mir allerdings sehr, sehr wichtig ist, dass wir rechtzeitig die Transfers zu den Brünen bekommen. Und ich würde es feiern, wenn wir jetzt so langsam Ulrich und vielleicht auch Akpom eintüten könnten, damit die beiden auch in der Vorbereitung dabei sind. Es wird ein sehr, sehr spannender Sommer. Ich würde berichten. Und ein Stindel-Nachfolger wird auch aktuell gehandelt. Der taucht immer mal wieder auf. Ferrai ist für mich eigentlich so ein Stindel-Nachfolger. Nachfolger hat schon in der U19 von Niederlande gespielt. Spielt aktuell bei Braunschweig. Eine sehr, sehr starke Saison. Ein Rechtsfuß. Offensives Mittelfeld. Sechs Tore, drei Vorlagen. Also aus dem kann man auf jeden Fall was machen. Laut transferma.de sind wir Wolfsburg und Bayer Leverkusen interessiert. Vertrag bis zu 24. Also da wird auch eine Ablöse fällig. Da muss man gucken, was möglich ist. Aber ja, Fußballerisch kann man den auf jeden Fall entwickeln. Und warum nicht? Warum nicht Akpom, Ferrai, Ulrich? Damit hättest du auf jeden Fall schon mal eine Achse. Und damit könnte man arbeiten. Und ein Transfer, der immer noch heiß ist. Mamouche hat wohl schon einen Medizin-Check abgelegt bei Frankfurt. Aber noch nicht unterschrieben. Er will noch abwarten, ob noch weitere Angebote reinkommen. Auch Wolfsburg soll noch im Rennen sein. Wir und Leverkusen. Aber ich bin ganz ehrlich. Also wenn einer bis um den letzten Penny zockt, dann sollten wir von dem Transfer Abstand nehmen. Auch wenn Mamouche wahrscheinlich ein guter Kicker ist, entwicklungsfähig. Aber wenn einer wirklich noch um den letzten Cent feilscht und dann den Vertrag nicht unterschreibt, dann ist es kein Spieler für unsere Borussia. Das ist meine Meinung. Und Nico Elvedi hat auch ein Interview gegeben. Er weiß, welche Qualitäten er hat. Er will sich aus der Raumformschwäche rauskämpfen beziehungsweise die abhaken. Wir brauchen einen guten Nico Elvedi in Leipzig. Ich glaube auch, dass Farke weiterhin auf ihn setzen wird und dass Friedrich nicht zum Zug kommt. Das ist meine Einschätzung. Und zum Abschluss, beziehungsweise fast zum Abschluss, das Thema elendig. Samstag 15.30 Spiele, die DFL hat sich dazu geäußert. Es kann Unebenheiten geben, beziehungsweise Unterschiede, aber dass Gladbach nur sieben Samstagsspiele um 15.30 hat und Augsburg 20, das kann einfach nicht sein. Das tut mir weh, weil ich in Berlin wohne. Und das wird auch vielen anderen Fans wehtun. Keiner will ein Sonntagsabendspiel, geschweige denn Montagsspiel. Freitagsabends ist es auch immer schwierig, vom Borussia-Park wegzukommen. Und ja, das ist einfach ein Thema, das nicht geht. Inklusive 30. Spieltag, also da könnten noch maximal 31., 32., 34., 34. vier Spiele zukommen. Und das kann nicht sein, gerade für den Traditionsverein. Da kann ich den FPMG, Supporter-Club, auch komplett verstehen, die da einen offenen Brief geschrieben haben. Und zum Abschluss, wie gesagt, am Wochenende ist wieder Bundesliga. Es wird keinen Livestream geben, weil das Internet hier auf dem Dorf einfach dafür nicht ausreicht. So ist es. Aber nächste Woche sind wir wieder dabei, beziehungsweise übernächste Woche. Und hier erfahrt ihr alles zu neuen Videos, Spieltagstalk, Tipps, Pressekonferenzen, Transfernews. Alles dabei. Meine Lieblingsrubrik, die kennt ihr. Bilder aus dem Stadion. Da sind immer überragende Bilder dabei. Wenn ihr mal ein schönes Bild sucht, findet ihr hier immer was. Und ja, jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, aus meinem alten Kinderzimmer. Ich wünsche euch eine super Restwoche, ein schönes Wochenende. Morgen hören wir uns noch zur Spieltagsvorbereitung gegen Leipzig. Und am Samstag nehme ich mir frei, da werde ich mir in Ruhe das Spiel angucken. Sonntagsspielanalyse. Und jetzt macht's gut. Ciao. Wir sind Borussia. Die Raute ist, was hier zählt. Das Katschek voller Leidenschaft für den besten Verein der Welt. Wo ich schieße Borussia. Die Raute ist, was hier zählt. Alle Gleichkeiten über den besten Verein der Welt. Wow. Die Raute ist, was hier zählt.